Willkommen bei telekom.tarife-angebote.de. Ich möchte Ihnen nun die Einrichtung des Speedport ISDN-Adapters zeigen, um ISDN-Endgeräte wie beispielsweise eine ISDN-Telefonanlage auch am IP-Anschluss der Telekom weiterverwenden zu können. Um die Einrichtung durchführen zu können, benötigen Sie Ihre Zugangsdaten für das Telekom Kundencenter. Falls Sie sich da noch nicht registriert haben, sollten Sie das dann vorher tun, mit Ihren Anmeldedaten ein Login einrichten. Das benötigen Sie dann später. Als erstes verbinde ich diese LAN-Buchse an der Unterseite des Speedport ISDN-Adapters über das mitgelieferte Netzwerkkabel mit dem LAN-Port meines Speedport-Routers, beispielsweise in dem Fall dem Speedport Hybrid. Zusätzlich benötige ich natürlich eine Stromversorgung über das mitgelieferte Netzteil. Dies wird hier die Power-Buchse eingesteckt, dann mit einer Steckdose verbunden. In dem Moment, wo Sie den Speedport ISDN-Adapter mit dem Strom und dem Internet über Ihren Router verbunden haben, schaut er über das Telekom-Netz. Hier sehen wir eine Status-LED. Ob beispielsweise eine neue Firmware vorhanden ist und wird auch automatisch ein Firmware-Update durchführen. Das wird beispielsweise über dieses Blinken dann angezeigt, dass sich das Gerät jetzt einrichtet, mit dem Telekom-Netz verbindet. Aber in dem Moment kennt es noch keine Rufnummer. Es muss noch konfiguriert werden, um es letztlich mit Ihren Telefonen nutzen zu können. Diese Konfiguration, die müssen Sie, wie schon angedeutet, im Telekom-Kundencenter vornehmen. Da gibt es zwei Möglichkeiten, entweder über die allgemeine Oberfläche oder über einen Direkteinsprung. Beides zeige ich Ihnen kurz. Ich bin hier schon im Telekom-Kundencenter eingeloggt mit meinem Computer und hier im Bereich Anschluss und Tarif laufen hier drüben verschiedene Optionen durch, unter anderem eben auch der Gerätemanager. Wenn ich allerdings auf Gerätemanager klicke, komme ich erstmal in den Bereich des Easy-Supports, also für die Einrichtung von Routern und müsste dann noch auf den Bereich Telefonie wechseln, hier auf Telefonie-Einstellungen und dann wird mir hier angezeigt Telefonie-Center. Das normale Kundencenter, wo ich das alles finde, erreiche ich eben unter kundencenter.telekom.de oder ich nutze den eigens für diese Konfiguration eingerichteten Link telekom.de slash Telefonie-Center. Wenn ich das Telefonie-Center aufrufe und mich dort mit meinen Zugangsdaten einlogge, dann komme ich direkt in eine etwas abgespeckte Oberfläche hinein, habe hier ein Pull-Down-Menü, wo aufgrund meines Logins mit meinen Nutzerdaten alle Anschlussrufnummern hinterlegt sind und ich mir jetzt in diesem Menü die Rufnummer auswählen kann, die ich jetzt für ein Gerät konfigurieren möchte. Wenn ich die gewünschte Rufnummer ausgewählt habe, die ich konfigurieren möchte und auf Weiter gedrückt habe, sehe ich zunächst den Status, also die Einrichtung der Anruf-Weiterschaltungen, aber uns interessiert ja die Einrichtung des Speedport ISDN-Adapters und hierzu muss ich dann auf dieser Seite nach unten scrollen und hier gibt es dann den Punkt ISDN-Adapter anmelden. Hier klicke ich drauf und bekomme die Schritte angezeigt, die ich gleich durchlaufen werde. Ich sage Anmeldung starten. Ich habe ihn ja schon verbunden und muss jetzt auf der Unterseite die Anmeldetaste für zwei Sekunden drücken. 21, 22. Jetzt hat sich die LED auch vom Rot auf Weiß geändert und hier geht der Kreis auch weiter. Ihr Adapter wird konfiguriert und Ihr Adapter ist jetzt bereit. Jetzt könnte ich also ein ISDN-Gerät an diese Buchsen anschließen und meine entsprechende IP-Rufnummer, die hinterlegt ist, würde über diesen Adapter auf meinem ISDN-Gerät signalisiert werden. So einfach ist die Einrichtung des Speedport ISDN-Adapters für die ISDN-Nutzung an einem IP-Anschluss der Telekom. Das ist die Einrichtung des Speedport ISDN-Nutzung an einem IP-Anschluss der Telekom.